Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Verlosung von dem Modell. Bleibt dran, es wird spannend. Da haben wir einige mitgemacht. Da kommt jetzt ein Lostopf rein und ich ziehe die Nummern an, wie die Mails eben gerade gekommen sind. So, jetzt habe ich hier so eine Schüssel gemacht. Da sind jetzt die Lose drin. Und da werden wir jetzt einen ziehen, wie gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute haben mitgemacht. Und von 1 bis 8 machen wir jetzt mal eine 8. Gut, ich ziehe jetzt mal einen hier raus. Jetzt muss ich ein bisschen hochhalten hier. Jetzt gucken wir einfach mal ein hier. Moment. Ah. Können Sie erkennen? Nummer 1 hat gewonnen. Die Nummer 1 war der Michael Gölz. Michael Gölz. Michael Gölz hat das Ding jetzt gewonnen. Einen riesen coolen Flieger. Die Ersatzpropeller habe ich jetzt von der Firma bestellt gehabt. Demnächst gibt es Ersatzzelle bei Banggood. Und, genau. Und dann geht der Flieger an den Tisch. Gucken ob du die Adresse geschickt hast. Viel Spaß mit dem Flugzeug. Und, ja. Da habe ich den Schrank wieder leer. Coole Fernbedingungen dazu. Wir schalten den Motor einmal ein und aus. Hier kann man noch kleine Geschwindigkeiten einstellen. Und das ist mal 2. Klasse Sache. Ja, also vielen Dank noch für Eure Abonnementen. Umfiehlt mich weiter. Und, ja. Wie gesagt, Tipps könnt ihr natürlich immer geben. Ähm. Okay. Tschöne. Bis zum nächsten Mal.